Herzlich Willkommen nach der Schock Volker auch die ganzen ist es gar nicht mehr okay das ist ein Haus Bekleidung Bekleidung kann zu machen für die Berge von uns kommen und um die Geistesdatz und Schnellgraben ja das kann man da machen wir müssen die Karten müssen so und wir haben jetzt Lust weiter zu spielen ich mag die Schnurrbärte wer nicht weiß woher die Schnurrbärte kommen schaut in der Shop Folge aber wenn diese Figuren nerven wir spielen nur diese Folge mit weil irgendwann wird es nervig also ich finde sie ganz cool aber schreibt es einfach in die Kommentare ob ihr die Figuren weiterhin haben wollt also ob wir weiterhin irgendwelche Spaßfolgen machen sollen wo wir halt zum Beispiel Schnurrbärte oder Karotten Zauberstäbe benutzen warte was und wir haben jetzt schon ein bisschen rein so genau einfach rein oh ein Wauwauw saust ihn Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann solltet ihr lieber wegschalten, weil hier wird gespoilert und ne. Also wenn ihr die Story noch wissen, also selten erleben wollt, dann solltet ihr jetzt lieber nicht weggehen oder da bleiben. Denn das was hier gezeigt wird ist nicht oder schon pädagogisch. Ich weiß nicht, was ich hier für Scheiße da war, aber es ist gute Scheiße. Also welcher wird wohl Röse arbeiten? Weil das nicht der älteste und rostigste? Ja, der Röse wird sein. Aber eigentlich war es doch der. Ne, das war der mit dem Knick. Ja, der war doch alt und verkackt und hatte so einen Knick. Da ist mein Leben jetzt. Die Polizei, ich starte. Gib ihn mir ab. Wo läuft das Primär? Gib's mir. Oh, los flieg an die Freiheit. Du bist der einzige, der es kackt, also. Okay. Da ist einer mit dem verkackten Flügel. Oh. Da mittendrin, unter dem großen. Neu, wo ich mein Wesen, also. Aber ich denke, die muss erst auf den Großen zufliegen momentan. Geht runter. Groß. Meine Fresse ist nicht leicht mit dem Schmarrn. Und ich muss die Schmarrn durchfliegen. Ich kann ja auch nichts machen, um zu sterben. Wache. Da wache. Vielleicht mal da auch nicht fliegen. Ich will da auch nicht fliegen. Ich will da auch nicht fliegen. Wollfliegen. 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 Nur diese Runde, mein Kind. Ich bin da. Ich bin damit- Lasst es nicht beste. En Was hat das? Ich schaffe das. also das ist echt schwer so Das war doch der große Feiernchen hier. Boah, ich will der Sander verreckt. Ich will der Sander verreckt. Okay, dann verreckst du halt. Ja, ich kann verhalten. Warte. Ich will die Sander verbrechen. Ja und jetzt. Ich will die Sander stellen. Das war ohnehin die die Wände. Das war bitte gut. Jetzt komm mal weg, ich will zu der Kiste. Okay, da kann man nichts machen. Hä? Äh? Ach man so. Das ist natürlich nicht. Hä? Sind wir grad wieder so unkompetent? Ich bin wieder so unkompetent. Ich will die machen was. Oh ja, ich merke es kurz. Aber sehr langsam. Ach so. Die battlen sich hier. Richtig. Macht mal schnell euer Ball da. Ja, du kannst auch ziehen. Dabei. Was darf ich? Ja, ziehen. Wir müssen hier Schach spielen. Ach so. Und immer die nacheinander irgendwie. Hä? Wer muss jetzt? Ach so. Loll. Der dritte. Like a pro. Loll. Okay. Alter. Mit dem Schnurbeeren. Warte. Der. Der. Kom! Das ist ein Eiweck. Also geschenkt. Das hat sich umgekehrt. Und das hört sich nicht mehr aus. Oh ja ja! Haha, das ist verlassen! Hä? Müsse rundet sich eigentlich verrecken? Ja, jetzt. Huff, gay, the real story. Okay, das ist gay. Oh, jetzt gibt's ein Bell. Riesam mit dem Schuhbart. Das schaut so geil aus. Isiara. Tu dich öffnen. Harata. Es gut ist, er schießt hauptsächlich auf dich. Lach dich schlapp. Ah, fuck, ja, hauptsächlich. Aua. Kann ich jetzt hier nichts machen? Riesam mit Kalla. Komm schon. Wollte ich den hier nehmen? Ach, Leute. Ja, okay. Zähn. 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 die sind dann machen wir das gerade richtig oder müssen wir das ausgewicht nach jetzt Ist das schon leichter? Nein, ja, okay. Wieso bin ich fast hier? Das stimmt nicht, wir machen noch irgendwas falsch und was müssen wir machen in der Betalpiste? Ja, also. Ja. Wenn ich will nicht machen... Hä, was macht mir falsch? Mach mir nichts da. Ach, vielleicht braucht er nicht die Böse. Nicht... Ja, er braucht nicht die Böse. Ach, wirklich? Nein. Einfach weihauen. Oh, okay. Oh, fuck. Fuck. Rauern. Kannst du hier wieder. Läuft. Ja, fick dich jetzt. Du treibst nicht. Du treib dich. Laser shit. Pass auf, du machst die noch gespaltet. Läuft. Läuft. Ah, tüte. Der hat neulich, Leute. Lasst euch nicht auf den Arten. Der hat Skills. Der hat Skills in diesem Camp zu lösen. Okay. Und man merkt, denn in diesem Camp sind wir hier sehr konzentriert. Ah. Weil es der Boss-Fight ist. Diese Folge, glaub ich, gibt noch eine richtig geile Überlänge. Null. Nein. Was auch, alter, fick dich. Springen. Genau, jetzt bin ich's wieder. Ja, wer ist mit den Beinen gesprungen? Genau. Na, auf mit deinen Bödern da. Ob sie nicht in der Tür gehen kann. Woh, komm, wir töten sie. Wenn du nirgends anderes kannst. Ja. Okay, jetzt. Letzte von dir. Komm, komm. Zeig dir eins, Götz. Nein, nein, fuck. Was Blut habe ich? Ja. Aua. Aua. Fick dich, fick dich, fick dich. Alter, wird der nämlich nach hinten werden. Doch. Doch, okay. Komm, eins. Nein. Alter. Nein. Nein. Woher? Krass. 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 Fail. Er hat aber gar keinen Schnurrbad auf. Oh, jetzt schon. Jetzt hat er wieder keinen. Läuf. 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 Tja, keine Skills. Wenn man Spectator ist, dann kann man das halt nicht. Läuf. Ja. Oh, ja. Okay, es hat gar nicht so ne... Oh, ja. Wie ich gedacht habe. Ich hab' neuf. Ich hab' neuf. Ich hab' neuf. Ich hab' neuf. Dich hab' neuf. Ich hab' neuf. Ich hab' neuf. Aber bin halt so krass. Ups. Okay. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Wenn's wieder heißt. Ja, Koto. Let's battle. Tschüss. Servus. ... Bis zum nächsten Mal.